Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer Runde Call of Duty Goes zusammen mit dem German Let's Play. Hallo. Und wir spielen Herrschaft auf Stonehaven. Ist unser drittes Spiel im Grunde jetzt. Die ersten beiden Spiele haben wir bei dir gemacht. Ja. Und die sind hier auch noch irgendwo im Video verlinkt. Also wenn ihr mal die ersten beiden Folgen sehen wollt, da geht halt richtig ab. Wir waren richtig extrem gut. So kann man es nennen. Und ich glaube meine Maus hat sich wieder zurückgestellt. Ich mag die Map. Die kann man bestimmt gut snipern. Wo bist du? Ja, snipern hat bei Call of Duty nicht, finde ich, so den großen Wert. Das ist mehr so eine Actionfigur hier. Ja, ich finde auch, dass sich das irgendwie hier beschissener anfühlt als jetzt in Battlefield zum Beispiel. Da finde ich snipern irgendwie extrem cool. Das stimmt. Oh, ich dachte, das ist aber ein Gegner, ey. Dann steht auf einmal ein Kollege neben mir. So als Waffe, ich weiß nicht, ob ich die schon erwähnt habe, die... Wie hieß die nochmal, die Vector? MCB oder wie die heißt? Keine Ahnung. Und ich habe eigentlich einen Mündungsfalldämpfer drauf, der irgendwie wieder weg ist. Okay. Hast du schon gebeichtet, dass du eine Frau bist? Kann man das sehen bei mir? Ne. Aber ich bin irgendwie eine Frau. Warum ist das eigentlich so? Das ist einfach random. Warum bin ich eine Fotze? Weil es passt. Mann, oh. Boah, die Map ist aber lang, ne? Äh, groß. Cool. Beide gekillt. Doppelabschuss. Oh, von hinten, von hinten. Was von hinten? Hinterm Haus, hinterm Haus. Versteckt mich. Ich habe Angst. Ich habe Angst, gehst einfach zurück. Na, ja, klar. Ich schieße die ganze Zeit rein, dann killt er mich einfach mit einem Schuss. Aimbot. Aimbot. Hacker. Aimbot. Genau, Aimbot. Ja, Hacks gab es doch schon, bevor das Spiel überhaupt draußen war, ne? Ja, das habe ich auch gehört. Aber ich habe Feldbefehle. Geil. Cool. Was siehst du denn da immer? Das ist der Koffer, der man auch... Was ist das hier für ein Kasten? Ich habe eine neue Waffe gefunden. Hui. Hä? Wie ein Granatenwerfer. Geil. Fuck. Schnapp. Warte, geht hier denn mal ne Wand kaputt? Oh, tot. Ich wollte mal gucken, ob hier ne Wand kaputt geht. Weil die Grafik bin ich jetzt... Obwohl auf der Map geht die wieder einigermaßen. Ja, das hat irgendwie Style. Gerade waren wir auf der anderen Map und da war irgendwie nur Scheiße drin. Ey, wie schnell man hier stirbt, ist echt... Boah. Boah. Ja, einfach nur boah, what the fuck. Da hat mich gerade einer irgendwie ne halbe Sekunde angeballert. Ich war einfach direkt im Dreck. Und das sah jetzt gerade aus, ob der Warlag hatte bei mir. Oh, geil. Können wir ja mal reinschreiben, was ihr dazu meint, so. Feindliche Vorräte. Feindliche Vorräte, schnell. Komm, wir gehen nach A, Manu. Ah. Ach, kriegen wir sowieso nicht. Immer auf die Miste stecken. Da habe ich jetzt gerade einer hergelaufen. Ich gehe mal eben hier her. Ach, hinter uns. Cool. Ich gehe auch zu A. Was ist das hier für ne Kiste? Nimm mal einfach mit. Nein. Das ist ein Heli. Behind ist ein Heli. Oh. Alter. Haben ihn gekillt. Und dann der Heli. Ja, geil. Hast du ein Heli gekillt? Nein, der Heli hat mich gekillt. Guck mal, Granate rein. Und tschüss. Ach Mann, habe ich einen super Aim. Oh, nein. Sie kommen rein. Sie kommen rein. Sie sind drin. Die alle hier im Haus hocken. Ja. Oh, oh, oh. Hä? Oh, fuck, da ist neiner. Ja, geil. Ja, okay, der hat mich. Alter, der hat, glaube ich, zwei oder drei gekillt jetzt. Der Hund hat mich gekillt. Scheiße. Ja, die Hunde-KI, die musste auch noch... Was ist das hier? Ach, ein Windrad. Bei Stonehaven. Alter, mich hat ne Bombe gekillt. Ne Bombe von nem Heli irgendwie. Warte, der Heli hat Bomben? Ja, ich glaube schon. Kann sein, wenn wir zusammen zocken, immer nur verlieren? Ja. Weil ich glaube, bisher haben wir immer verloren. Ich glaube aber nicht, dass er an meiner Spielweise nicht, weil die göttlich ist. Oh, tot. War das zu, dass der von dem Hund gekillt wurde? Ne. Was ist das denn? Da stehen vier Leute und wer kippt um? Ach du. Ja. Ja, richtig, was freigeschaltet haben wir natürlich auch noch nicht, weil, wie gesagt, drittes Spiel. War nix. Genau. Ja gut, ich hab diesen Mündungsfeuerdämpfer, den ich nicht drauf hab. Ich hab noch nix reingetan. Weil er die Reichweite und Präzision erhöht wurde. Aber hat nix gebracht. Hier, schnapp einfach. Und dahin auch. Tot. Ey, man kann sich hier gar nicht vorwagen. Man ist einfach direkt tot. Ja, soweit man irgendwie gesehen hat. Obwohl, wenn ich jemanden sehe und drauf schieße, dann stirbt er nicht sofort. Das ist natürlich komisch. Aber die haben wahrscheinlich schon wieder ein bisschen aufgerüstet. Gut ist hier in dem Spiel, dass man zumindest direkt alle Waffen freischalten kann. Man muss halt nur diese Bonus-Dinger da finden. Geil. Das ist ganz komisch bei mir. Immer sobald ein Gegner ins Bild huscht, also nicht wirklich jedes Mal immer, sondern nur zwischendurch, leckt es auf einmal. Ein ganz kurzer Leck. Ach so. Und er reicht schon, um zu sterben. Ich bin bei A, ich bin bei A. Ich bin bei C, ich bin bei C, ich bin tot. Ah, ah, warte, ah, ah, hab ich gleich. Eine Sekunde noch. Sauber. Nein, der Hund hat mich gekillt. Wart eingenommen, hui. Kann man auch hier rum? Ja, hier kann man auch rum. Oh mein Gott, da ist der Hund. Ich seh den Hund. Hallo. Wo bist du? Ja, come back. Oh, du hast mal einen gekillt? Ja. KD, guck mal gleich. Oh, Misty, steht ja da oben. Ja, eben. Scheiße. Was hat mich denn jetzt... Ach, mich hat einer weggesnipert, okay. Einer gequickscoped, ne? Ja, ich glaub schon. Warte, ich guck hier nochmal rein. Ich guck mir mal an, wie die schießen. Da denk ich mir auch immer, letztes Mal hab ich den nach Hause getroffen, aber hat überlebt. Ich nehm jetzt die Waffe, die er hat. Die war gut. Da, oh mein Gott, da sind richtig viel gerade da hinten. Okay, eine hab ich gekillt. Ich hab jetzt die Hardcore-Waffe mal genommen. Gucken, ob ich damit mehr kann. Ich lag im Busch, ja. Und dann sieht er mich sofort. Ach so, der hat dann Geschütze hingestellt, WTF. Ich brauch unbedingt ne Sniper. Ganz dringend. Und schon wieder tot. WTF, Geschütze. Oh, fuck. Wir verlieren Bravo. Nein. Oh. Was ist denn, ja? Ja, mancher guck ich auch, wie die... Jetzt mal ohne Schall. Wie kann der mich denn gesehen haben? Wir haben Bravo. Da muss er teilweise echt mal angucken. Naja, will ich gar nicht. Will nicht heulen. Das ist obergeil. Das ist voll cool. Ja, Hund getötet. Schon wieder voll der... Voll der Standpilz. Verbündete Satcom aktiv. Du hast einen scheiß Rechner, hab ich das schon mal gesagt. Genau. Für die Granatengrafik brauchst du ein bisschen mehr. Ach. Wir verlieren Bravo. Wir verlieren Bravo, das ist hier. Warte. Ja. Hui. Wir verlieren C. Geschütze zerstört, ja. Ich hab B verteidigt. Bin Oberpro tot. Ma, fickt euch doch. Ich bin bei A. Und bin tot. Von wo? Man kann doch gar nicht darauf reagieren, ey. Ja, auch nicht. Ja, ne. Direkt tot. Ah, ich glaub, die schießt auf den Kopf. Nein. Boah, hätt ich mal aufgehört zu schießen, hätt nochmal neu angefangen, so ne Scheiße hier. Hast du gespant oder was? Ich hab einfach drauf gehalten. Ich hab grad ne neue Waffe gefunden. Wow. Ach, in den Kanistern, die da immer stehen, ne? Ja, genau. Ich hol mir mal auch einen. Hier liegt noch einer. Was ist das denn geiles? Cool. Ja, geil. Das stand da um die Ecke. Ma. Ich camp jetzt hier. Ist mir egal. Oh, da ist einer tot umgefallen. Das heißt, da kommt einer um die Ecke. Achtung. Was hat das für eine Wasser? Echt so lächerlich. Das war cool. Die Waffe, die ich gefunden hab, ne? Ja. Sie hat so ein hochpräzises Zielfernrohr drauf. Dann hab ich gezielt, geschossen. Und dann war die so was von am Wackeln beim Schießen. Boah, dieser Fickhund wieder, ne? Und ich hatte den noch fast. Ich geh nach A. Scheiße. Ich wurde übelst lange geblendet und konnte mich gar nicht bewegen. Oh, ich seh dich. Ja. Ja. Ich helf dir. Ich helf dir. Tot. Und du bist tot. Töte ihn. Scheiße, bin tot. Aber ich seh A. Ich seh A. Da war ein Hund. Komm her, du Hund. Mach. Ey, man isst sofort. Ich krieg hier einen Anfall. Ui, Spielvorderber. Bei Battlefield 4, ne? Soll man ja auch direkt sterben. Ne, das ist nicht so schlimm. Das ist cooler als bei. Schneller als bei, ähm, COD. Achso. Äh, nicht schneller, langsamer. Ja, schneller. Aber schneller als Battlefield 3, so. Achso. Aufgestiegen, du Wichser. Ich glaub, ich krieg hier nie mein Level. Na? Hab dich schön nass gemacht als Fotze, ne? Alter, was sind das denn für... Den hab ich. Achte, achte. Letzter Abschuss ich. Pass auf. Pass auf, pass auf. Ne, schau... Er? Warum denn er? Den hab ich noch gekillt. Ich hatte 10 zu 31. Achso, er stirbt jetzt. Da oben bin ich. Ach. Ah ja. Toll. Äh, von dem Siegerteam. 13 zu 20. 10 zu 31. Ja, okay. Alles klar. Diese komischen Legs. Da unten sind jetzt diese Coins, wo man was kaufen kann. Gut, ich würde sagen, nächstes Spiel sehen wir beim Manuel wieder wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht. Irgendwann mal. Also ist jetzt kein regelmäßiges Letzplay. Irgendwann werden mal wieder Teile kommen. Ja. Und an sonst noch viel Spaß. Tschüss. Tschüss.